So geil! Ich finde die Wellen so cool! Wow, guck! Was war los? Nein! Ja! Oh mein Gott! Ich hätte so Angst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee! Kanzi, Carlos, ich hab Angst! Ich kapp mich ein! Ja, weil ich kann doch nicht auf die Stadt klappen! Ja, ich bin halt ein Hosen-Scheißherr! Oh mein Gott! Ich guck doch mal! Ich guck doch mal! Ja, gut! Juck! Uuuuuhhh! Schyne? Mir ist wert! Schreie! Das ist das! Das wäre eine Schreie! Jetzt aber... Spreier! Das cooler was sind von hier. Wow! Da, 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 oh mein Gott, jetzt, komm, oh nee, das ist alles nix für die oder was, die surfen so gar nicht, die Wellen, ich weiß nicht warum, die warten und lassen die einfach vorüberziehen, guck mal da, warum, warum gehen die denn nicht, äh, warum gehen die, da, jetzt ist mal einer drauf und schon wieder weg, nee, Carlos, ich hab zu Angst. Was, wieso ist denn das so, ich weiß noch, ob die so weiche Wellen sind, da ist ein Loch, ja, aber ich mein, warum surfen die die Wellen nicht, da ist einer jetzt, yeah, ach guck mal wie herrlich, ach wie geil, nee, ich würd das auch so gerne können, ich wär gerne ohne Furcht und würd es gerne können, es muss total geil sein zu surfen. Ja, ich mach jetzt nochmal aus, ne, ich langweil euch bestimmt, ja, aber es ist amazing.